Wenn Sie während der Bearbeitung feststellen, dass Sie einen Bereich mitten irgendwo im Video einfügen müssen, weil Sie zum Beispiel noch etwas Zeit brauchen, um etwas länger zu zeigen, gibt es eine einfache Möglichkeit, alle Spuren gleichzeitig zu schneiden und im gleichen Moment nach rechts zu verschieben. Halten Sie dazu die Umschalttaste gedrückt, gehen auf den Abspielkopf und ziehen einfach mit der Maus den Bereich nach rechts. Achten Sie darauf, wenn Sie das verwenden, dass Sie in der Tonspur nicht in der Mitte von einem Satz oder einem Wort schneiden, sondern möglichst einen Bereich mit Stille auswählen oder die Tonspur vorher entsprechend sperren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017